Hier geht es ein bisschen anders zu als auf unserem Dorf. Hier ist immer was los. Es ist halt eine Riesenstadt, Bangkok. Menschen ohne Ende. Überall Shopping-Center. Und jetzt ist hier so ein Kranfest. Das heißt, die bespritzen sich mit Wasser wie die Affen. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wenn die alle mit solcher Pistole rum. So, und ich fahre jetzt hier mit der BTS. So, welche Richtung? Muschitz. National, Shabangwa. Ah, das ist meine Bahn. Ein bisschen aus der anderen Seite als auf dem Dorf, ne?